Indian Institute of Technology, kurz CIT, ist eine ingenieurwissenschaftlich-technologisch ausgerichtete universitäre Bildungseinrichtung in Indien. Es existieren derzeit sieben dieser Universitäten, die nach der indischen Unabhängigkeit 1947 mit dem Ziel der Ausbildung eigener wissenschaftlicher Eliten zur Unterstützung der indischen Wirtschaft und sozialen Entwicklung des Landes entstanden. Sie wurden zu diesem Zweck von der indischen Regierung etabliert und gelten als Institute von nationaler Bedeutung. Die IIT-Aufnahmeprüfung ist als eine der härtesten Prüfungen der Welt bezeichnet worden. 300.000 Schüler nehmen jährlich daran teil. Mit 6.500 Erstsemestern werden jedoch lediglich zwei von 100 zugelassen. Um die Zulassung zum Studium der Informatik oder Elektrotechnik in Mumbai oder Delhi zu erlangen, ist es sogar erforderlich. Zu den besten 300 zu gehören. In der Reihenfolge ihrer Gründung befinden sie sich in Karakpur 1951, Mumbai 1958, Chen in 1959 und 50 Karnpur 1959, Neu-Delhi 1963, Guwahati 1994 und Roarki 2001. Einige IITs entstanden mit finanzieller und technischer Unterstützung der UNESCO aus Deutschland, den USA und der Sowjetunion. Jede dieser Bildungseinrichtungen ist eine selbstständige Universität, die mit den anderen durch einen gemeinsamen IIT-Rat verbunden ist, der mit Verwaltungsangelegenheiten betraut ist. Die Anzahl der Studenten, neben den sonstigen in der Forschung beschäftigten Fachkräften, beträgt insgesamt etwa 27.500. Es gibt eine gemeinsame Aufnahmeprüfung der IITs auf eine Zuweisung zu einem bestimmten Institut hat der Bewerber keinen Anspruch. Im Zuge des Erfolgs dieser Einrichtungen entstanden eigene Abschlüsse wie der Bachelor of Technology. In Abgrenzung zum von den meisten anderen indischen Universitäten verliehenen Bachelor of Engineering und ähnliche Institute in anderen Fachrichtungen wurden nach dem Vorbild der IITs geschaffen. Jede der Universitäten hat auf ihrem Campus Studentenwohnheime und ist mit Sportplätzen für Cricket, Fußball, Feldhockey, Volleyball, Tennis, Badminton, Leichtathletik und Schwimmen ausgerüstet. Die IITs haben jedes Jahr im Dezember einen gemeinsamen Sportwettkampf. Auch kulturelle Feste wie Theater und Musikveranstaltungen werden von den IITs abgehalten. IIT ist zu einer auch international renommierten Marke geworden und viele Absolventen finden Arbeit in den USA oder anderen Ländern. Absolventen N. R. Narayana Möhei, Mitgründer von Infosis Nenten Nilekani, Mitgründer von Infosis Vinod Kossler, Mitgründer von SUN Microsystems Suhas S. Patil, Gründer von Cirrus Lodschik Inc. Rayad Gupta, früher Managing Director bei McKinsey Arun Sarin, Cheo, Vodafone Viktor Menesich, Senior Vice Chairman Citigroup Kanwal Riki, C. Theo, Novel Manohar Parika, Chief Minister von Goa Sushende Kumar, Battagariya, zweifacher Ordensträger V. C. Kulon de Swamy, ausgezeichnet mit Padma Shrai und Padma Bhushan Narondra Kamaka, Mathematiker, neue IITs Derzeit befinden sich neue Institute im Aufbau in Gujarat in Rayansten und Panjab.